Kallotta wurde zum Rang Assassino befördert, Annetta wurde zum Rang Assassino befördert, Annetta wurde zum Rang Assassino befördert und die Desideria wurde zum Rang Assassino befördert. Ja, Assassinen gilt in der Herausforderung beendet. Gut, das wären nämlich genau diese hier, genau, die haben wir. Nein, ich will das nicht sehen. Alte ist Schwertschild jetzt auf der Tiberinsel zu ver- Uh, fette Scheiße. Fette, fette Scheiße. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, warte mal. Bei mir ist es ein bisschen schwindelig jetzt. Ach, das ist die Dingens. Hab den Namen vergessen. Die hat so einen komischen Namen. Wie heißt die nochmal? Ah, der Orfeo, die alte Hippe. Wie heißt die denn? Stocco. Stocco. Keine Ahnung. Wie heißt die nochmal, verdammte Kacke? Fählen ablegen. Boah, Leute. 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 Knochendorch von Romulus. Ach, Stilett. Ach, da liegt's ja, genau. Wo ist denn, Alter, ist Schwert? Hallo? Alter, ist Schwert? Oh, hier sind, hier hängen Schwerter. Ich habe das, Alter, wow. Das ist natürlich richtig pervers. Da kann auch der venezianische Maichus nicht mithalten. Wobei der echt gut ist. Achso, kann man nichts sagen. Boah, ist das, ist doch nicht richtig asozial, ne? Boah. Ich finde das richtig geil mit diesen, da fand ich auch bei Assassin's Creed 3 dieses, das Haus. Oder was? Ne, bei Black Flag war das. Black Flag. Ups, so jung. Black Flag, genau. Da fand ich das Haus am coolsten. Wo dann die ganzen Einrichtungsgegenstände, die man, die man kaufen kann, die ganzen Waffen, die ganze Rüstung, das fand ich bei Black Flag am coolsten. Wo man einfach diese kleine Insel einfach für sich hatte. Ich finde aber, man hätte da mehr aus sich, also man hätte da mehr rausholen können, finde ich. Das fand ich wiederum beim dritten Teil geiler. Mit der Davenport-Siedlung. Ich darf nicht von dem Spiel sprechen, Leute. Ich kriege dann so unfassbar Bock auf das Spiel. Ich verstehe jetzt nur eine Sache nicht. Ich kann meine Sachen nicht aufrufen. Fuck. Ich muss hier rausgehen. Ich glaube, man kann nur entweder eine schwere Waffe mit sich, ja genau. Das finde ich ein bisschen doof, muss ich sagen. Entweder schwere Waffe oder normales Schwert. Gut, diese Herausforderung kann ich auch später noch. Ich muss das eh mit einem... Warte mal, ich muss das jetzt folgendermaßen irgendwie machen. Schwert, Dolch, Armbrust, nämlich eh kaum. Wie viel muss ich denn noch entwaffnen? Dann mache ich das noch schnell. Waren das viele? Boah, die Davenport-Siedlung, das hat so Bock gemacht. Ich habe mich da so... Man hat sich da einfach so heimisch gefühlt, wenn wir da hinkamen. Das war so... Oh, da kommen gleich die Tränen, ey. Okay. Oh, das war so geil. Ah, noch zwei Wachen. Das kann ich ja schon noch machen. Guck, ich mache das schnell. Ich entwaffne die Wachen. Boah, wenn die Jungs so Wachen sind. Das ist egal. Trotzdem entwaffne ich die. Boah, ich habe gerade... Boah, es macht mir gerade so Spaß zu spielen, weil es einfach vorwärts geht. Okay. Ich liebe es, wenn Dinge einfach vorwärts gehen. Und dann dieser Videopuffer, den ich haben werde. Oh. Das ist so schön alles. Und dann der Artikel 13, nach demnächst kommt. Dann hat sich die ganze Sache eh erledigt, aber... Wow. Okay, Moment. Ich habe ja jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht damit. So. Äh. Genau. So. Kurz den Controller ausgetauscht. Jetzt habe ich wieder meinen blauen. Ne, kennt ihr noch gar nicht die beiden Controller? Muss ich euch mal zeigen. Bei meinem nächsten Video, was irgendwann dann vielleicht kommt. Was er aber dann wahrscheinlich auch durch Artikel 13 erledigt hat. Ja, einmal gucken, mal abwarten. Vielleicht wird es noch nicht durchgesetzt. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Es sind einfach so Dinge, die man nicht braucht. Also... Weiß nicht. Es sind einfach so Dinge, die man... Die man einfach nicht verstehen muss. So, ihr Lieben. Oh, das sind mir schon... Doch, doch zu viele, muss ich sagen. Also habe ich dann... Was habe ich... Aha, ich habe vergessen, die Assassinen wieder auf eine Mission zu schicken. Hm. Na, ist egal. Banner, Banner, Banner. Äh... Hä? Nächster Banner. So, hier sind doch... Ach nee, das ist so einer. Wenn es ein anderer wäre, dann wäre es was anderes. Da es aber so einer ist... Äh... Ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube, kein Mensch der Welt kann... In dem Moment jetzt wissen, was ich meine. Oder so. Nein! Oh, wie ich... Oh, meine Nase juckt. Mann. Ich schneide es gleich ab. Äh... Was sind alles Leute, die... Was ist da? Da ist was. Seht ihr das? Da ist aber nichts auf der Karte eingezeichnet. Das darf da eigentlich gar nichts sein. Kletter bitte einfach hoch, Ezio. Tu mir den Gefallen. Oder bedeutet das hier mal ein Banner war, oder was? Was willst du denn? Lass mich in Ruhe. Was? Warte, Santa Annas. Der hat Eier aus Messen. Ähm... Oh, da ist auch noch ein Banner. Hier ist keins mehr in der Ecke. Banner und eine... Feder. Eine Mine. Würde der Gimli jetzt sagen. Gimli Gläunz sohn. Welches Universum findet ihr cooler? Das von Herr der Ringe? Oder das von... Game of Thrones? Also, ich ganz klar. Game of Thrones. Ganz klar. Ich mag das nicht, wenn da zu viel Fantasy dabei ist. Zu viele Elben und Zwerge und Orks. Und hast nicht gesehen. Für Game of Thrones finde ich da besser. Da ist so ein bisschen was dabei, so mit Fantasy. So ein paar Figürchen. Ähm... Aber ich finde, das ist noch im... Rahmen. Nicht ganz so übertrieben, irgendwie. Äh... Deswegen soll ja von Herr der Ringe eine Serie rauskommen bald. Und von Game of Thrones soll es ja auch eine Prequel-Serie wohl geben. Und... Ja, also wenn... Ich bin eh kein großer Serien-Fan eigentlich. Mit Ausnahme jetzt Game of Thrones zum Beispiel. Oder Supernatural. Oder auch Walking Dead. Habe ich auch eine Zeit lang geguckt. Mittlerweile auch nicht mehr. Ähm... Wenn ich jetzt die Wahl hätte, was mich entscheiden müsste quasi. Für welche Serie ich gucken möchte. Dann wäre es auf jeden Fall... Game of Thrones. Bei den Ringe fange ich zwar die Filme richtig gut. Natürlich. Richtig gut. Alle drei. Ich sehe auch alle drei Filme als einen Film einfach. Ich könnte nicht sagen, welcher beste oder schlechteste ist. Wobei schlechteste kann man da eh nicht sagen. Also man kann nicht sagen, Herr der Ringe und schlecht. Das passen nicht zusammen, diese Wörter. Ähm... Aber... Ja, genau. Machen wir mal ein Nickerchen. Wie gesagt, Game of Thrones ist einfach... Ich brauche diese Serie einfach nicht. Die ist jetzt noch... Die ist Gameswörter von Herr der Ringe. Die brauche ich einfach nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich die Prequel-Serie zu Game of Thrones brauche unbedingt. Das weiß ich auch nicht. Lass mich überraschen. Boah, eine Serie zu Assassin's Creed. Das wäre es natürlich auch. Das wäre natürlich auch geil. Weil dann könnte man ja auch... Tausend Staffeln machen. Das ist der... Das hört ja niemals auf. Man kann so viele verschiedene Epochen. Man kann ja auch theoretisch... Jetzt muss man sich aufpassen, was ich sage. Weil nachher... Hört jemand zu, der hat da eine Idee und benutzt diese Idee. Also wendet die Idee und ich... Äh, hab's nicht patentiert. Dann könnte er theoretisch, ähm... Er könnte ja auch durch die Zeiten hüpfen quasi. Dass man sagt, okay, man hat jetzt eine Hauptfigur, wie in Desmond zum Beispiel. Kann ja auch meinetwegen eine andere Figur dann... Könnt ihr eine andere Figur in der Serie quasi nehmen. Dass man dann von Epoche zu Epoche einfach springt. Dass man dann, keine Ahnung, drei Folgen ist man jetzt hier in Rom. Und dann auf einmal kommt dann meinetwegen die Rebecca und sagt hier, wir haben irgendwie... Äh, irgendwelche Werte gesammelt. Ähm, irgendwelche Daten, dass da irgendwas war. Zum Beispiel bei der spanischen Inquisition. So, dann findet da irgendwie zwei Folgen statt. Keine Ahnung. Ey, ich bin gerade übrigens überfragt. Deswegen hab ich jetzt auch kurz aufgehört zu sprechen. Aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ja, das wär echt cool. Das wird ja wirklich niemals enden. Man könnte auch zum Beispiel zu Fallout richtig geile Serie machen, meinetwegen. Würde auch gehen. Oder natürlich, was auch richtig, richtig geil wäre. Ein Film zu Crysis, das wäre der Hammer. Serie, finde ich damit ein bisschen schwieriger. Aber einfach ein Film zu Crysis, das wäre der Hammer. Wirklich echt. Ich würde das so feiern. Ich glaube, wenn ich irgendwie Regisseur wäre oder so, ich wäre so einer wie der, entweder wie der Boll oder der Anderson. Ich würde immer so hauptsächlich mich auf Spieleverfilmungen einfach fokussieren. Und würde versuchen, bessere Filme zu machen, als die beides tun. Also, so Freunde. Spaß nicht. Oh, oh. Jetzt hab ich sehr viele Gegner. Okay. Ich will das nicht entwaffenen mal wieder. Das nervt mich so ein bisschen. Weil die anderen auch einfach nicht angreifen. Haha, du Depp. Zack. Ups. Nein, ich wollte... Nein, nein. Hallo, Sperrkämpfer. Oder Helebadenkämpfer vielmehr. Wow. Aber die Kehlen durchgefetzt. Mein Gott. Gibt's eigentlich auch noch irgendeine... 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 Dings? Aber ich könnte das eine jetzt versuchen. Ähm, nicht alter Trophäenfuchs. Weil ich glaub, einen Speer muss man auch werfen. Ich glaub, eine schwere Waffe, einen Speer... Und noch irgendwas. Muss man so und so... So und so weit werfen. Ich möchte auch keinen Ärger. Ich möchte eigentlich nur den Speer werfen. Wie geht denn das? Da ist doch... Irgendein Soldat. Ich sehe, da stehen welche. Geht das? Kann man den Speer werfen jetzt? Ich glaub, 10 Meter waren's, ne? Okay, das war einfach nix. Ist ja was gegen das Pferd geflogen und dann war's das. Aber egal, ich könnte trotzdem... Ich nehm mal den hinteren. Fährst du mal nicht der hinteren? Alter. Geil. So was, so was bereitet mir Freude. Ups. Bin grad so nervös, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt gezählt hat. Na, jetzt hast du Angst, ne? Ja. Komm her. Ey. Was machst du da? Ich werfe jetzt einfach. Ich weiß nicht, wo ich das Ding hingeworfen hab. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Lass mich. Oh, ich hab ne Idee. Boah, ich fahr mir gar nicht einfach so'n Arsch ab über das Spiel hier. Ich weiß auch nicht warum. So, ähm... Jetzt hab ich hier ein paar Gelder-Herausforderungen. Ich hab gedacht, die wären sehr umfangreich, letzten Endes. Also, dass am Ende Saufeler von übrig bleibt, wie ich das nach und nach alles machen muss. Aber jetzt sieht das doch ganz gut aus, eigentlich. Söldner-Gilde. Genau. Gerüste haben wir 1,5. Päpstliche Garten. Das kommt automatisch. Wachen und Pferdhaus machen wir. Söldner-Gruppen. Das mach ich da zwischendurch. Kortisanen. Oh, ja. Leichen, Brunnen oder Heuhaufen verstecken. Okay. Feinde auf Wachporsens kann sich ein bisschen ziehen. Das können wir noch machen. Liebes-Güllen. Da hab ich auch sehr stiefmütterlich bisher vom Pferd auf einen Balken gesprungen. Okay. Okay, okay, okay. Ja, also Diebes und Kortisanen sind ein bisschen umfangreicher. Ist hier irgendwo ein Heuballen? Ob ich den verstecken könnte? Nee. Ich muss irgendwas Produktives jetzt machen. Ähm. Und zwar... Die Assassinen auf eine weitere Mission schicken zum Beispiel. Das sind noch diverse Taubenschläge. Ist das ein berittener Soldat? Nee. Wo ist da weiteres Gerüst? Und da ist ein Heuhaufen. Oh. Ah, sind sie weit weg. Da ist sie. Hallo, kommt her. Hallo. Hallo. Ja. Ich will dich mal greifen. Ich will dich mal greifen. Ich seh nix. Warum geht das nicht? Ich seh einfach nichts. Äh. Oh, ich kann wieder... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Habe ich da ausgewählt schon. Komm. Nicht du. Ach, was soll's. Findet, was man kriegen kann. Ich hätte ja auch vorher plündern können. Das wäre aber zu einfach gewesen. So. Zack. Also der, der den Heuballen hier austauschen möchte irgendwann, der wird sich wundern. So. Macht ruhig, äh, weiter das, was er so macht. Ich, äh... Ich möchte nur hier ein bisschen aufräumen. Ich bin ein ordentlicher Mann. Ja. Ich bin ein ordentlicher Mann. Das ist richtig. Oh. Wobei ich natürlich das auch nochmal probieren konnte. Alter. Da hat man so viele Möglichkeiten in dem Spiel. Tragen. Der ist ein bisschen schwerer als die anderen. Der ist gut genährt. Ich glaube, ich esse gleich einen Flammkuchen. Oder zwei... ...Baguettes. Zum Aufbacken. A la Provence. Mal gucken. Irgendwas esse ich gleich. Ich habe nicht hingestellt, wie viel O wir haben. Ich habe überhaupt kein... Scheiße. Entschuldigung. Überhaupt kein Zeitgefühl gerade. Weil das Spiel mir gerade einfach viel zu viel Bock macht. Leichen verstecken. Beendet. So. Dann würde ich jetzt mal... Wow. Äh... Einen Gegner suchen. Erstmal kann ich das... Ah. Ne. Das Banner. Ich muss irgendwo einen Gegner sagen. Scheiß drauf. Oh, da oben ist ein Gegner. Aber es bringt mir nicht viel, dass er oben ist. Ich kann mich mit den Waffen nicht hochklettern. Ach da. Ich bin hier. Äh... Er hat so beide daneben geschlagen. Erstmal muss es bitte sein. Ach da. Okay. Vielleicht finde ich ja... ...die Lanze noch da unten irgendwo. Oh, das kann ich eigentlich vergessen. Ich weiß aber noch, wo... ...ich sie hingelegt habe. Nämlich... Da ist sie. So. Sau geil. Äh. Das heißt, brauche ich nur einen Gegner. Einen gegnerischen Gegner am besten. Äh... Oh, nächstes Banner. Hier ist noch was los. Das ist auch ein bisschen irreführend. Das sind ja eigentlich Banner, aber da steht Flagge. Hm. Finde ich in Ordnung, dass die Leute so... ...verwirrt werden. Ist doch wenigstens hell jetzt. Ich will wenigstens, wo ich hinwerfe. Hier ist nirgendwo ohne Gegner, ne. Das ist doch alles nicht wahr. Doch, 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 doch. Geht. Euch wollen wir nicht. Ja, ja, perfekt. Perfekt. So, dich wähle ich aus. Du bist das Objekt meiner Begierde. Oh, vielleicht kriege ich ja... Das wäre natürlich der Hammer, ne. Meinte, ich schaffe das. Warum laufe ich? Scheiße. Äh. Löse dich mal kurz. Was ist hier? Mal hier patrouillieren. Hm. Ich weiß nicht, ob das 10 Meter... Ja, locker. Warte mal. Ja, 2... Oh, doch, doch. Das könnte hinhauen. Wenn ich jetzt von... Du stehst einfach so brutal in den Weg gerade, ne. Na komm, dann nehme ich einfach euch. Nehme ich dich hier. Nein! 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 Boah, Leute, ihr stört mich voll. Ich töre euch gleich alle. Euer Mangel an Respekt wird euch noch teuer zu stehen kommen. Ja, das stimmt. Oh, hi. Kortisaninnen. So. So, das ist auf jeden Fall weit genug, schätze ich. Und. HEP! Wow. Äh. Ist hier irgendwo ein Gerüst? Warte mal. Komm mal mit, bis wir ein Gerüst finden. Äh. Gerüst, Gerüst, Gerüst. Oh ja, da ist ein Gerüst. Was machst du da? Einen, ich will nicht... Ups, Entschuldigung. So, du komm mal her. Nein, du sollst her... Ups. Aua. Warte mal, ich muss mal... Ich bin gerade jetzt einfach komplett... Warte mal. Äh. Jesus. Äh. Ich liebe so Stangenwaffen, ne? Das ist der Hammer. Alter, wie geil. Ach so. Meine Waffe ist weg. Ey. Arsch, das ist deine Schuld. Äh. Wow, ich muss den Part beenden. Das will das hier alles nichts mehr. Ja, aber liebe Freunde, auch die Gilder-Ausforderungen müssen... ...überwältigt wäre, ne? Also von daher... Boah, es macht gerade so Spaß, das Spiel. Das... Ich verstehe das nicht. So, äh... Noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn ich jetzt noch das... Nein! Oh, da ist ein... Ach, ne. Komm, ich sammle das Banner ein und beende jetzt den Part. Wie gesagt, sonst wäre das hier alles nichts mehr. Das läuft ja nicht weg, das Gerüst, ne? Das bleibt ja stehen. Hoffe ich zumindest. Ach so, ich muss hier halten. So. So, hier bin ich erstmal gut. Oh. Scheiße. Ich hab gedacht, das wäre so ein... So ein, so ein, so eine Plattform. Mal falsch gedacht. Okay. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.